Hallo meine Lieben, ich bin Olga, eure Wahrsahnerin für heute. Ah, was erzähl ich den Deppen denn heute mal? Warte, das hatten wir schon. Wird langsam langweilig, hatten wir auch schon. Ah, heute ist mal Zeit für die schlechten Omen. Oh, guten Tag Mai, du kennst. Woher kommt mein Name? Hört ihr von jetzt? Oh. So, beginnen wir mit der allmissenden Kugel. Moment, sie ist nicht eingestellt, dein Name. Scheiße. Wunderbar, wir können beginnen. Gehen wir mit der Kontaktaufnahme mit ihrem verstorbenen Brunnen. Aber Opa, ist egal. Ich sehe, die Kugel sagt mir, er ist einem qualvollen Tod gestorben. Es wird jetzt eingeschlafen. Wie auch immer, ich würde ihn da oben gut gehen. Dein größter Scheiß, was sie hier machen. Du Ungläubige, verflucht! Seist du bis auf alle Ehrlichkeiten und mit dein Bruder. Opa! Ist egal. Das wird schwindeln. Yeah, yeah. Oh, vielleicht kommt der nächste Panner, ey. Gott sei Dank ist es bald Feierabend, dann kann ich halt saufen gehen. Josephine, wir betrachten nun ihr Wareswesen. Und das braucht ihre Hand. Sie haben eine sehr warme Hand. Das bedeutet, sie sind sehr warm, haben viele Gefühle, die sie preisgeben. Sie sind sehr fleißig, arbeiten sehr hart und sind hilfsbereit und sehr beliebt bei den Menschen. Oh, das ist doch nicht toll! Wenn Sie sonst noch einige Fragen machen, sagen Sie mir meine Zukunft vor Ort. Okay, dazu ein bisschen das Panner befragen, okay? So. So, das Panner. Oh! Oh mein Gott, das schlägt! Es schlägt aus, es schlägt aus, dass wir dann eine gute Zukunft und eine gute Zukunft werden. Ich schläge ihn! Ich schläge ihn! Ja! Die Frau kannte mich. Sie wusste alles über mich. Sie hat mein Leben verändert. Das ist so toll! Was? Was? Was ein Freak! Aufs Scheiße Geld machen, das ist ein Leben! Greifen Sie jetzt zu und holen Sie sich das perfekte Pandel Set für Daheim zum Nachmachen. Wenn Sie jetzt anrufen, gibt es einen gratis Olga-Klingelton dazu. Hallo, Olga! Hallo, ihr Idioten!